Hallo und herzlich willkommen zum Dreckecken weg Video-Podcast der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Jetzt werden Sie ein bisschen irritiert sein, wenn Sie hinter mir die grüne Landschaft sehen. Da denken Sie, das kann doch unmöglich Berlin sein. Ist es aber. Wir sind im Nordosten der Stadt in Pankow und bei mir ist Jan Streeck. Er hat uns eine Dreckecke gemeldet und hier können wir auch schon gleich einen Erfolg verbuchen, Herr Streeck, hier hinter uns. Da sah es bis vor kurzem ganz schlimmer aus. Ja genau, wir hatten hier bis vor einer Woche einen Riesenmüllberg, eine Riesenmüllansammlung gehabt mit ganz viel Unrat, Müllsäcke und Haushaltsgegenstände und alles mögliche, was hier abgeladen wurde. Und man sieht es hier, das ist eigentlich eine sehr schöne Gegend, auch um spazieren zu gehen. Und da ist es einfach sehr belastend, wenn hier so viel Müll rumliegt. Und dann habe ich mir gedacht, dann werde ich diese Dreckecke doch melden an die AfD-Fraktion und damit auf den Aufruf reagiert, der im Moment dort im Internet veröffentlicht wurde. Wir haben uns dann an das zuständige Bezirksamt gewendet und ganz offensichtlich hat man hier sehr schnell reagiert. Was zeigt, AfD wirkt. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Bisschen unordentlich sieht es noch aus, aber im Vergleich zu vorher sicherlich eine deutliche Verbesserung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wenn man mal guckt, wie lange der Unrat hier zuvor lag und dass darauf reagiert wird, wurde es durchaus positiv. Und man muss ja auch sagen, dass sich sonst im Prinzip niemand wirklich darum gekümmert hat. Deshalb finde ich das sehr gut, dass sich die AfD-Fraktion hier der Sache auch angenommen hat. Denn ich denke, es sind ja auch im Prinzip alle Pankwer, die ein Interesse daran haben, dass sie hier in einem sauberen Bezirk leben und hier spazieren gehen können, ohne sich sozusagen diesem Unrat hier angucken zu müssen. Herzlichen Dank für Ihre Meldung. Und wenn Sie eine Dreckecke melden wollen, dann tun Sie das doch bitte unter www.dreckecken-weg.berlin.